Warum so viele schlechte Nachrichten? Wann werden es nur gute Nachrichten sein? Ich glaube, dass es bald nur gute Nachrichten für die Menschen dieser Welt geben wird. Die Bibel sagt mit Sicherheit voraus, dass die baldige Rückkehr Jesu Christi der Erde Hoffnung und Leben für alle bringen wird. Finden Sie mehr heraus auf unserer Website www.biblealive.com.au Vielen Dank.